ja leute was geht ab hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren folge serious makers auf meinem kanal wir haben die letzten beiden folgen unseren streaming dienst endlich gegründet und mit diesem extrem extrem viel geld gemacht dass wir heute weitermachen und unser streaming dienst wird aber wahrscheinlich auslaufen weil wir einfach keine serien mehr haben die wir dazu machen können und ich würde sagen wir gehen in das spiel hinein und ja fangen direkt an serie zu machen damit wir weil umso mehr umso schneller mir und vor allem umso mehr serien wir hier produzieren um so umso mehr serien können wir dann in unseren stream rein stecken und umso länger kann unser stream laufen und auch erfolgreich funktionieren so weg aus der gegenwart letzte folge von diesen drei serien also wird sich nie aufgefallen ist aber die serie wo wir den stream dienst erstellt haben dann die serie die die folge danach und die jetzige folge die nehme ich halt alle drei auf einmal auf weil ich langsam vor produzieren muss aber das sind jetzt erstmal die sozusagen die dritte aus diesem ganzen dreierpack und ja dann werden wir heute mal ein end resum führen was wir denn so seitdem wir unseren streaming dienst eröffnet haben geschafft haben dann müssen wir gleich wieder unseren stream retten unsere alte serie ist ausgelaufen und diese serie hier wird dafür jetzt den platz übernehmen und hoffentlich genauso viel bringen so 2,7 warum ist das jetzt auf immer ok 8,75 ist super aber wir haben über 1000 punkte auf einmal verloren wir gehen jetzt wieder zu unserem streaming dienst hinzufügen 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 und hinzufügen speichern 17.000 forschungspunkte haben wir mittlerweile auch also zurück aus der gegenwart spielt nie so viel ja doch jetzt fängt langsam an hat hat schwach angefangen aber jetzt ist es immerhin auch bei 7 millionen so wir haben jetzt wieder wie viele abonnenten bekommen wir dazu oder wie viele abonnenten springen wir hoch auf 97 millionen abonnenten gucken wir gucken ob wir die 100 millionen schaffen 100 millionen abonnenten das ist gerade stellt jetzt mal vor das abo kostet eigentlich fünf euro das macht hier in dem spiel jetzt gerade keinen sinn aber das abo kostet fünf euro dann würden wir 500 millionen dollar machen machen wir leider nicht aber stellt euch das mal vor das wäre das wäre das wert ist sehr cool cool machen wir wieder mal eine neue serie und zwar eine historie mir als regisseur ich nenne es neues technologie kind aber das verwenden wir jetzt schon eine weile kunst und musik wenn wir schon jetzt schon eine weile aber das ist halt aus dem jahre 35 das ist schon eine weile her also ich kann mich gerade was gerade so dass viele die finanzielle entwicklung aktuell angeht überhaupt nicht beschweren da bin ich sehr zufrieden wir haben zwei milliarden geknackt auch da bin ich sehr 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 zufrieden was das angeht da leistet mein team wertvolle und sehr sehr gute arbeit so in der nächsten in der nächsten folge der nächsten folge werde ich mich höchstwahrscheinlich langsam anfangen um meine mitarbeiter noch ein bisschen zu arbeiten weil wir haben ja dann fast das maximale am spiel mittlerweile erreicht und da werde ich dann vielleicht bisschen mit meinen mitarbeitern herum arbeiten weil die haben jetzt das maximale erreicht also vom level her aber von der leistung einfach die die schaffen dass ich wahrscheinlich noch mal von neun anfangen werde welche zu trainieren was das maximale ist aber mal gucken das entscheide ich dann mit soweit ist so abschließen die serie ich gucken wie weit so wie weit es dann soweit ist soweit ist ja mal den urlaub schnell wenn wir dann wahrscheinlich noch mal von vorne anfangen unsere mitarbeiter hoch zu pushen genug punkte haben wir ja aber soweit sind wir noch nicht wir kümmern uns jetzt erstmal unseren streaming dienst damit dieser nicht ausläuft nebenbei hat unsere serie kunst und musik angefangen geld zu machen baut sich langsam auf ja so streaming dienst wieder aufgefüllt können wir jetzt kleine neue serien machen 112 millionen abonnenten haben wir jetzt genommen hoch springen wahrscheinlich aber so 116 genau und zudem machen wir auch weiter weiter eine neue serie logik als regisseur groß und wir nennen das ich verklag dich auf klag dich auf geld produktion starten los geht's 120 millionen abonnenten oder 23 millionen abonnenten haben mittlerweile und auch eine gute gute grundlage an fans fast zehn millionen fans haben wir das ist nice ich will es zwar nicht ganz was die fans bringen wahrscheinlich fame punkte umso mehr fans wir haben umso mehr fan punkte generieren wir umso mehr kommt dann halt besser serien rum glaube ich zumindest weiß nicht wenn ich komplett falsch liege könnt ihr mich ja in den kommentaren berichtigen so wir haben jetzt die serie fertig haben zwei punkte oft knapp 3000 ein kurz davor und den der ist auch nicht mehr so weit weg also wir kommen von den ganzen attributen immer höher und das freut mich so 2400 3000 mal gucken ob wir die behalten können bis sie selbst öffentliches kommen punkte durchkriegen ja ja 3000 punkte und 3500 film punkte 8,25 die serie ist super die ist so haben wir durch bekommen mit 3500 punkten dann hoffe ich mal dass die dadurch dass wir so viele film punkte haben die auch extrem gut laufen wird auf einmal die heißt natürlich wieder streaming 1 warum auch immer wir können noch nicht zu der alten serie wechseln also ist ein bisschen ein bug das game ich weiß nicht ob es daran liegt dass es schon relativ alt ist oder ob es daran liegt dass wir in dem spiel jetzt schon so weit weit gekommen sind dass er dann einfach aufhört ja normales zeug so zu laden wie es eigentlich funktioniert die serie geht auf alle fälle durch die decken durch die decke jetzt schon bei zehn millionen so streaming dienst kommen wir ran hier da das wollte ich nicht so kann ich auch alte serien löschen 12 millionen macht diese eine serie gerade die ganze zeit mehr sogar noch also 12 millionen das ist für eine normale serie echt 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 stark 13 millionen aber das das kommt wahrscheinlich jetzt durch die fan punkte das ist das ist echt 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 viel dass der streaming dienst das schafft 15 millionen zucker dass der streaming dienst das schafft das ist mittlerweile kein wunder mehr aber für eine normale serie ist das echt krass so aber unser streaming dienst der jetzt nicht mehr so viel generiert wird jetzt gleich wieder einen boost bekommen so da ist der boost 126 jetzt gleich 130 millionen abonnenten sage ich doch generiert jetzt auch mit 28 millionen teilweise 30 millionen heftig 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 31 millionen 33 millionen kriegen durch den stream grad heftig 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 die teilweise einschlagen und so unterschiedlich vor allen dingen so technologie geht es durch das heißt wir machen noch eine neue serie und ja diese spielt spielten die gute die spielt wieder mal auf einer farm und zwar mal wieder mit tieren und wieder mit kindern das ist wieder mal eine schöne kinder serie wo schon lange neben mehr gerade jetzt noch mit unserem neuen tollen technologie kit was wir gemacht haben groß und die serie spiele nimmt dreck und produktion starten drei milliarden haben auf unserem konto also wir gehen gerade steil 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 durch die decke aber unser streaming dienst nimmt jetzt schon ab wir haben zwar noch 41 millionen abonnenten aber sind auch schon nur noch knapp am unten roter am unten roten bereich so wichtig wichtig eher nicht so wichtig ja hier wird unserem streaming dienst wir machen zwar nach acht millionen profit aber acht millionen aber halt nur vier millionen profit dabei und es wird immer weniger immer weniger diese spannende zwischen roter zahl und grüner zahl jetzt immer schon unter vier millionen und ja das sind wir unter drei millionen öffentlichen so resümee gute gute boni abschließen jetzt nehmen die punkte aber wir wieder viele punkte verloren das ist das ist blöd hier geht allen urlaub und dann heizen wir noch mal unserer unserem streaming dienst ein aber das problem dass hier wir keine selbe hinzufügen können weil die das spiel die alle gleich genannt hat gut dann ist es jetzt das letzte mal dass wir den streaming dienst aufbessern können und dann war es das mit unserem streaming dienst dann haben wir keine selben mehr um den wieder voll zu packen und dann ziehen wir ein endresümee wenn der ausgelaufen ist oder bevor der ausgelaufen ist und ich rechne das dann drauf lasst kurz durch speichern das durchlaufen wie viele einspielt und dann ja gucken auf wie viele abonnenten wir noch mal hoch springen können an unserem peak es wurde ja immer mehr im laufe der zeit deswegen vermute ich dass wir auch jetzt mehr kriegen noch mal weiter die selben berichte auf 154 also jetzt gleich 159 160 millionen abonnenten damit machen wir 36 millionen 37 millionen 64 sind jetzt hoch gesprungen das heißt kriegen wir die 40 millionen noch die wir also 40 millionen auf einmal schaffen wir das ne ich hoffe wenn ich okay naja macht nix die laufen jetzt auf alle fälle aus ich würde sagen hier speichern jetzt zwischen spiel speichern und jetzt lasse ich nur noch durchlaufen zucken wie viel geld wir einnehmen und das dann als resümee reinzupacken und die zahl wird jetzt hier dann wahrscheinlich jetzt gleich stehen wenn das zu ende ist und ja wir sehen uns beim nächster wieder haut rein bis dahin und ciao